Ich bin zu uns! Bitte, 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 ja! Das war ein bisschen weit geflogen, kann das sein? Ja. Ich bleib mal hier. Jetzt will ich mal wissen, ob man hier irgendwie rüber kann. Nee, du siehst doch, dass da ein Holzstück ist. Soll ich den kaputt machen? Ah ja, man kann sich mit fast Exzellenz selbst umbringen. Ja. Aber hier vielleicht. Yo! Nun. Was? Oh, cool. Unglaublicher Bonus zu Lebenszaubern. Ja. Ja, das lohnt sich. Einfach mal irgendwo gegenholzen, Rennon. Hat's denn Spaß gemacht. Ja, nee, ich kann so viel wie dich umbringen, aber... ha, 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 ha! Ja, ha. Oh, Herr, ich muss, einer, ich muss... Weiß Bescheid? Der wird das jetzt nochmal mit dem Salz, denke ich mal, siehste? Sollte, schenze, blömer, rei! Ah, salut von Kaffee! Nichtsig pas der Joie? Ohne, Joyna, alias Gloria! Oh! Ja, ich habe das ein bisschen. Se, alle Menschen die Mann, Alvi und Drage transportieren die Alverhöhne in den Tenter, Pachi und Tropis. Wieso glaube ich, dass wir gegen Lick am Schluss kämpfen müssen? Gute Frage. Wie ich da nur drauf komme, meinst du? Du wüsst aber, denk ich mal, weil er ja der Big Boss ist, dürfte er dann auch, denk ich mal, gegen den wir anknüren, gegen den wir ja dann kämpfen müssen. Geh ich jetzt mal von aus. Entschuldigung. Oh, ihre Verstärkung hat nicht viel gebracht, wa? Was mir alles wäre. Diese Robe ist aber auch echt ein bisschen blöd fürs Heilen. Ich ignoriere den noch. Noch ignoriere ich den hinter mir. Wenn ich sehr langsam bin. Vorsichtig, nicht, dass ich dich hier unten vielleicht treffe oder so. Durch. Ich bin tot. Ich habe auf meine Lebensanzeige nicht geachtet. Entschuldigung. Eins. Ach, Mann. Gegen was? Feuer? Stand da gerade... Ist das blind? Ja. Mach mal die Barrikade halt kaputt. Mach du mir... Mach, ich bin weg. Damit ich dir nicht im Weg stehe oder so. Ich bin fast. What the fuck? Ich bin tot? Wieso? Wieso? Wieviel Schaden machen die Idioten denn? Boah, ist dein Schwertschaden, aber stark. Ist das Schaden? Ja, hat's auch hoch. Na, wann kommt wieder was angehilft? Gut. Tot. Also, ich meine, der ist tot, nicht ich. Ja, das sehe ich. Der war sonst bis jetzt immer, wenn ich... Wow! Wenn ich tot gesagt hatte, war ich's deswegen. Ich weiß nicht wie, mein Leben. Dankeschön. Ich hab irgendwie es geschafft, die Tasten zu drücken. Ah, ich brenne. Ah. Oh, nee, dann gibt's Beschwerden. Ist das Downhand? Soll das Downhand darstellen? Ein Spaß. Aber wir kommen hier noch nicht weiter. Also, irgendwas blockiert noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Rest Police! Ja, gut. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ist ja... Nee. Aha. Ja. Sag mir, wenn ich das Rote hier aktivieren soll, mal, Jan. Ich mach mal. Nein, passiert nicht. Das ist ja das Falsche. Ach, das ist das. Entschuldige! Ist das da oben Feuer oder nicht? Nee, Wasser. Und das da? Ah! Ich hab versucht, nach den Symbolen unten zu gehen. Und deswegen... Ja, das einsatzt ein bisschen aus wie Feuer. Oh, cool. Mini und Waldkunde Teil 3. Moment. Einen müsste es aber dann noch geben. Hallo, Addict 2. Finder, Neverskugur, der Ramtas bester. Speller der Speller Banjo. Hahaha. Ich spiele Banjo, ist klar. Ja. Hahaha. Kef. Mumarie. Kittli puttingen, dem är Bern. Den 60-shotig, ett visidor. J-j-j-j-j-j-m-påde pincetis. Ich brauche die Skogameske. Stopp' dem da und komm in den. Hylia! Hölküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü! Wieso mache ich denn immer Stein, Mann? Au! Warte mal ganz kurz, hier ist doch irgendwas. Ich bin da! Ja, was ist das? Stopp, 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 stopp! Was willst du denn? Das ist hier doch nochmal eine Kunde, siehst du doch? Ja, und? Warum stopp? Ich wollte einfach nur, dass wir das machen, so. In Erinnerung, Textur fehlt! Aha! Warum willst du den denn umbringen? Ach, ein Panda-Stab geht hier auch. Warte mal! Nur kurz, dass du auf... äh, hat nichts gebracht. Ich wollte eigentlich auf... Genau das habe ich bei dir versucht, aber klappt wohl nicht, wenn das denn jemand anderes macht. Ich klappt sehr wohl, aber wenn ich nass bin, dann bringt es nichts, mich mit Wasser anzuspülen. Nein, ich habe dich mit Feuer! Du hast mich mit Wasser angespülen. Ich habe das hier benutzt! Du hast mich gerade gekillt. Dankeschön! Ey, dieser Blitze! Hör auf, ihn zu nutzen! Ja gut, ich habe mich gerade selbst gekillt. Zipendu! Pertörner! 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 Das macht das da immer. Ja komm... Pertörner! Hör auf, ich mich frei. Die laufen uns jetzt da her, sollen wir das ignorieren? Ich finde noch die einfache, also soll ich sie auf dem Ozean-Taktik machen? Jetzt brauche ich deine Kooperation, sonst wird es nicht placken. So, du sorgst dafür, dass mir das Eis um den Arsch dann weg geht. Dann bist du ja auch dritt. Also mit Feuer, ja? Direkt. Aber die laufen mir eher hinterher. Steve, wenn mir das Eis hinterm Arsch weg geht, gibt's Ärger. Ja, hallo? Die greifen mich an! Was soll ich denn tun? Mich kehren lassen, oder was? Was? Die dürfen es ziehen. Oh, das Tod ist offen. Tods! Das ist kein Problem, dein Tod war ein notwendiges Opfer. Dein Tod war ein Notfer... Oh, ähm... Danke. Danke. Kracker! Sonning seinen! No... 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 Das ist Spaß! Entschuldigung, ich wollte dich nicht anzünden. Hättest du mir irgendwas voll in den Topf aus. Entschuldigung. Ey. Ja was kann ich denn, wenn du mal wieder rein rennst, Mann? Ich krieg gleich daran, dass ich einen überführe. Ey. Ist schon wieder da. Sie sind resistent gegen Nitze? Ernsthaft? Was? Damit bin ich dir nicht gestorben. Ja du hast dir vier oder fünfmal bestießen lassen von denen. Sind da? Oh, jetzt sind... Sind sie auch. So. Problem gesauft. Noch weiter oder wollen wir jetzt mal aufhören? Wir haben jetzt 51 Minuten. Ich finde es aber ganz gut, wenn es so aktuell ist. Wie viele Folgen sind das? Warte mal, 51 Minuten. Das muss ich jetzt gucken, wie ich das cutte. Das wären circa zwei bis drei. Ich finde es immer ganz nett, wenn das aktuell aufgenommen ist. Ja gut, dann nehmen wir halt in einer Woche nochmal auf. Ist in Ordnung, dann machen wir das so. Oh Gott. Gut Leute, ich würde dann jetzt auch mal sagen, wenn es euch denn auch so weit gefallen hat, dann lasst doch jeweils eine kleine Hand. Oh warte, lass mich mal ganz kurz noch gucken. Was denn? Ich glaube zwei Kapitel kommen noch damals durch. Die machen wir dann in der nächsten, dann denke ich mal, ja? Denke ich mal. Dann sind wir ja bald durch. Nee, oder? Nee, drei sind es noch. Drei Stück sind es noch. Das können wir ja bei der nächsten Aufnahme ja dann machen, denke ich mal, ne? Ja, sollte ich kommen. Gut Leute, ihr habt gehört. Wir werden in der nächsten Aufnahme dann das Spiel auch schon beenden. Mein Gott. Irgendwie ist das Spiel schneller durch als die Hauptstory damals von Magiker 1. Kann das sein? Ja, das geht deutlich schneller, das stimmt. Ich merke es schon. Aber gut Leute, ich würde dann sagen, wenn es euch so weit gefallen hat, dann lasst eine kleine Werbung da. Auch wenn er derzeit selber keine Videos mehr macht, der Link natürlich trotzdem zu seinem Kanal ist. Wie gewohnt unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.